Musik 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 Okay Das waren Spiele Musik 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 Weiß nicht was dieser Schleier bedeutet, bin ich safe oder was? Musik Musik Fälle Drei Bäume, okay Wir nehmen mal den dicksten, ne? Musik 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 Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht sterht Der Knochenkeule Musik Guck mal Jetzt haben wir einen Kleinen-Lichtung gemacht, das ist auch schön oder? Musik 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 Ja aber was ihr mal denkt Ich habe mir grad meine Spielfigur fertig gemacht Ich mich selber Wo ist das? Eingriffstoffe zu niedrig. Okay. Ich felsen den Stücke. Hm. Steht wieder so ein Stein hier, ne? Ja. Eins mal. Was ist da direkt der nächste? Ein paar Momenten später. So. Mach deine Arschuhe aus meiner Leitung raus, du Böhmel. Oh, wir können jetzt bauen. Ist ja geil. Halt! Stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rotteln. Halt! Stopp! Warum verlieh ich Energie? Ich hab kein Blut mehr. Okay. Okay, mehr Ratten hatten wir auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen im Schatten aufhalten. Was soll man mal das hier hinbauen? Gut, dass ich hier überall bauen kann. So, nicht. Was seid ihr denn hier? Nur die Stärke zu niedrig. ... ... ... ... ... ... ... Au, 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 au. Okay, das ist, glaube ich, hier vom Gegner. Oh, was bist du denn da unten? Ja, ist ja gut, ich geh in Schatten. Ich bin hier so ein bisschen gerade verloren, ne? Scheint doch ein bisschen größer zu sein mit Gehen. Oh, 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 oh. Hm, hm, hm. Vielleicht gucken wir mal, ob wir hier irgendwo etwas bauen können. Hier ist Platz. Das war gesund. Okay, ist schon riesig. Knochenmaterial haben wir hier. Komm mal her. Oh, kann ich hier nicht aussagen? Bleiben Sie doch mal stehen. Oh. Dann nicht. Okay, da können wir nicht runterspringen. Schade. Boah, Siggi. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ne. Also Tiere kann ich anscheinend nicht aussagen. Oh, hi. Ich würde noch gerne irgendwo was bauen, ne? Wie geht's dir, Siggi? Oh, hi. Hm. Wie dieser Schatten wandert hier. Also hier fände ich echt prächtig, ne? Er fordert ein verbundenes Burgherz. Dann bauen wir doch erstmal das Burgherz, ne? Upsa. Der Schatten geht weg. Hm, hm. Oh, was ist das hier oben? Oh, was ist das hier oben? Oh, je. Der arme Siggi. Oh, was ist das hier oben? 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 Also Erbauer hieß wohl Marcel, okay. Dann können die bauen und ich nicht. Da, wo soll ich das oben freuen. Das ist eine Blutrose, okay. Oh, der ist stark. Das hat mich vergiftet, wow. Also eigentlich suche ich einen Bauplatz, ne? Das ist eine Blutrose, okay. Das ist eine Blutrose, okay. Teleporter. Okay, ein Banditen-Pin. Jetzt renn doch nicht weg. Boah, das tat weh, das tat weh, wir gehen. Ja, ich lass euch in Ruhe, lass mich auch jetzt in Ruhe. Komm, wir waren Level 18er, ne? Ich hab meinen 10 Level da. Er war immer noch hinter uns her. Nice! War's aber gut. Oh, wir haben Beute fallen lassen. Die wollen natürlich holen. Da gehen wir jetzt nicht nochmal vorbei. Ja, Ziggy, wie war denn der Tag? Langweilig oder was? Das war's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Untertitelung des ZDF, 2020